Musik Es war ein anstrengender Tag, ich muss mich ausruhen. Es war ein anstrengender Tag, ich muss mich ausruhen. Ich gehe jetzt schlafen. Ich gehe jetzt ins Bett. Ich habe morgen einen sehr wichtigen Tag. Ich habe morgen einen sehr wichtigen Tag. Was für ein schöner Morgen! Ich rufe Maya an und sage, dass ich heute ein Vorstellungsgespräch habe. Hallo Markus! Warum rufst du mich so früh an? Hallo Markus! Warum rufst du mich so früh an? Weißt du, ich habe heute um 14 Uhr ein Vorstellungsgespräch im Restaurant, von dem ich dir gestern erzählt habe. Das ist eine wirklich gute Nachricht! Endlich hast du den Job gefunden, den du immer wolltest. Ich wünsche dir viel Spaß auf dem neuen beruflichen Weg! Ich wünsche dir viel Spaß auf dem neuen beruflichen Weg! Tschüss! 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 Es ist noch früh, ich gehe einen Kaffee trinken. Es ist noch früh, ich gehe einen Kaffee trinken. Der Kaffee, den ich gekauft habe, schmeckt mir nicht. Ich gehe besser ins Kaffee. Ich gehe besser ins Kaffee. Ich habe noch nie ein Kaffee auf dieser Straße gesehen. Mal sehen, was Sie zu trinken haben. Mal sehen, was Sie zu trinken haben. Guten Tag, was möchten Sie bestellen? Guten Tag, was möchten Sie bestellen? Ich hätte gern einen Latte Macchiato, bitte! Ich hätte gern einen Latte Macchiato, bitte! Sehr gern! Sehr gern! Sonst noch etwas? Sehr gern! Sonst noch etwas? Ja, ich nehme noch ein Stück Käsekuchen. Und das ist dann alles! Ja, ich nehme noch ein Stück Käsekuchen. Und das ist dann alles! Gut! Kommt sofort! Gut! Kommt sofort! Kommt sofort! Hey! Die Kellnerin ist sehr nett! Ich werde dieses Kaffee auf jeden Fall öfter besuchen! Bitte sehr! Bitte sehr! Danke! Danke! Wow! Der Kuchen schmeckt aber gut! Es hat sich absolut gelohnt, hierher zu kommen! Oh nein! Es ist schon 13 Uhr und 30 Minuten, ich muss weg! Ich habe heute um 14 Uhr ein Vorstellungsgespräch! Oh nein! Es ist schon 13 Uhr und 30 Minuten, ich muss weg! Ich habe heute um 14 Uhr ein Vorstellungsgespräch! Entschuldigung! 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 Ich möchte bezahlen! Ich möchte bezahlen! Entschuldigung! Bar oder mit Karte? Bar bitte! Bar bitte! Ich darf nicht zu spät kommen. Sonst mache ich einen schlechten Eindruck. Ich darf nicht zu spät kommen. Sonst mache ich einen schlechten Eindruck. Ich habe mich verfahren. Ich kenne den Weg nicht. Ich habe mich verfahren. Ich kenne den Weg nicht. Ich muss nach dem Weg fragen. Entschuldigung, wie komme ich zur Bismarckstraße? Müssen Sie ungefähr zehn Minuten fahren. Müssen Sie ungefähr zehn Minuten fahren. Fahren Sie diese Straße weiter und biegen Sie dann rechts ab. Fahren Sie bis zur ersten Ampel, biegen Sie dort wieder links ab und fahren Sie geradeaus. Fahren Sie diese Straße weiter und biegen Sie dann rechts ab. Fahren Sie bis zur ersten Ampel, biegen Sie dort wieder links ab und fahren Sie geradeaus. Nach ungefähr fünf Minuten kommt eine große Kreuzung, dann sofort nach rechts und da ist die Bismarckstraße. Nach ungefähr fünf Minuten kommt eine große Kreuzung, dann sofort nach rechts und da ist die Bismarckstraße. Achso. Vielen Dank. Achso. Vielen Dank. Gern geschehen. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin total gestresst. Ich bin total gestresst. Guten Tag. Ich habe heute einen Termin für ein Vorstellungsgespräch. Guten Tag. Ich habe heute einen Termin für ein Vorstellungsgespräch. Einen Moment bitte. Ich sage dem Chef, dass Sie da sind. Einen Moment bitte. Ich sage dem Chef, dass Sie da sind. Danke sehr. Danke sehr. Danke sehr. Hallo. Ich bin Herr Michael. Bist du Markus? Ja? Hallo. Ich bin Herr Michael. Bist du Markus? Ja? Ja? Guten Tag, Herr Michael. Ja, bin ich. Guten Tag, Herr Michael. Ja, bin ich. Willst du was trinken, ein Wasser oder einen Kaffee? Willst du was trinken, ein Wasser oder einen Kaffee? Ich möchte ein Glas Wasser bitte. Ich möchte ein Glas Wasser bitte. Und Markus, erzähl mir ein bisschen. Hast du schon mal als Pizzafahrer gearbeitet? Ich habe ein Jahr Erfahrung als Lieferant. Ich habe ein Jahr Erfahrung als Lieferant. Am Anfang habe ich als Spüler im spanischen Restaurant gearbeitet. Dann habe ich im gleichen Restaurant ein Jahr als Küchenhilfe und als Lieferant gearbeitet. Am Anfang habe ich als Spüler im spanischen Restaurant gearbeitet. Dann habe ich im gleichen Restaurant ein Jahr als Küchenhilfe und als Lieferant gearbeitet. In dieser Zeit habe ich viel gelernt, wie man Gemüse schneidet, Dessert vorbereitet, Pizza und Nudeln kocht und Teller wascht. Sie haben also einen Führerschein. Sie haben also einen Führerschein. Sie haben also einen Führerschein. Ja, ich habe seit 6 Jahren einen Führerschein. Haben Sie ein eigenes Auto für die Arbeit oder benötigen Sie einen Firmenwagen? Ich habe mein eigenes Auto. Ich habe mein eigenes Auto. Das ist sehr gut. Wann hast du Zeit für eine Probearbeit, damit du siehst, ob dir die Arbeit gefällt oder nicht? Ich kann morgen beginnen. Ich kann morgen beginnen. Also alles klar, du kommst morgen um 18 Uhr und dann sehen wir, wann wir den Vertrag unterschreiben. Also bis dann. Also bis dann. Also alles klar, du kommst morgen um 18 Uhr und dann sehen wir, wann wir den Vertrag unterschreiben. Also bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Schreiben Sie Ihren Kommentar, ob Ihnen der Film gefallen hat. Sie warten auf den nächsten Film, dann abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal und abonnieren Sie und aktivieren die Glocke, damit Sie kein Video verpassen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lernen. Hat Ihnen der Film gefallen? Dann schauen Sie sich den Film noch einmal an. Es war ein anstrengender Tag, ich muss mich ausruhen. Ich gehe jetzt schlafen. Ich gehe jetzt ins Bett. Ich gehe jetzt ins Bett. Ich habe morgen einen sehr wichtigen Tag. Ich habe morgen einen sehr wichtigen Tag. Was für ein schöner Morgen! Ich rufe Maya an und sage, dass ich heute ein Vorstellungsgespräch habe. Ich rufe Maya an und sage, dass ich heute ein Vorstellungsgespräch habe. Hallo Markus, warum rufst du mich so früh an? Hallo Markus, warum rufst du mich so früh an? Weißt du, ich habe heute um 14 Uhr ein Vorstellungsgespräch im Restaurant, von dem ich dir gestern erzählt habe. Das ist eine wirklich gute Nachricht. Endlich hast du den Job gefunden, den du immer wolltest. Ich wünsche dir viel Spaß auf dem neuen beruflichen Weg. Ich wünsche dir viel Spaß auf dem neuen beruflichen Weg. Tschüss. 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 Es ist noch früh, ich gehe einen Kaffee trinken. Es ist noch früh, ich gehe einen Kaffee trinken. Es ist noch früh, ich gehe einen Kaffee trinken. Ich gehe besser ins Kaffee. Ich habe noch nie einen Kaffee auf dieser Straße gesehen. Mal sehen, was Sie zu trinken haben. Mal sehen, was Sie zu trinken haben. Guten Tag, was möchten Sie bestellen? Guten Tag, was möchten Sie bestellen? Ich hätte gern einen Latte Macchiato, bitte. Ich hätte gern einen Latte Macchiato, bitte. Sehr gern. Sonst noch etwas? Sehr gern. Sonst noch etwas? Ja, ich nehme noch ein Stück Käsekuchen. Und das ist dann alles. Ja, ich nehme noch ein Stück Käsekuchen. Gut, kommt sofort. Gut, kommt sofort. Warte! Oh, ein Tisch ist frei. Oh, ein Tisch ist frei. Die Kellnerin ist sehr nett. Ich werde dieses Kaffee auf jeden Fall öfter besuchen. Die Kellnerin ist sehr nett. Ich werde dieses Kaffee auf jeden Fall öfter besuchen. Bitte sehr. Bitte sehr. Danke. Danke. Wow! Der Kuchen schmeckt aber gut. Es hat sich absolut gelohnt, hierher zu kommen. Es hat sich absolut gelohnt, hierher zu kommen. Oh nein! Es ist schon 13 Uhr und 30 Minuten, ich muss weg. Ich habe heute um 14 Uhr ein Vorstellungsgespräch. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich möchte bezahlen. Entschuldigung. Ich möchte bezahlen. Bar oder mit Karte? Bar oder mit Karte? Bar bitte. Bar bitte. Ich darf nicht zu spät kommen. Ich darf nicht zu spät kommen. Sonst mache ich einen schlechten Eindruck. Ich habe mich verfahren. Ich kenne den Weg nicht. Ich habe mich verfahren. Ich kenne den Weg nicht. Ich muss nach dem Weg fragen. Ich muss nach dem Weg fragen. Entschuldigung, wie komme ich zur Bismarckstraße? Entschuldigung, wie komme ich zur Bismarckstraße? Müssen Sie ungefähr 10 Minuten fahren. Müssen Sie ungefähr 10 Minuten fahren. Fahren Sie diese Straße weiter und biegen Sie dann rechts ab. Fahren Sie bis zur ersten Ampel, biegen Sie dort wieder links ab und fahren Sie geradeaus. Fahren Sie diese Straße weiter und biegen Sie dann rechts ab. Nach ungefähr 5 Minuten kommt eine große Kreuzung. Dann sofort nach rechts und da ist die Bismarckstraße. Ach so. Vielen Dank. Ach so. Vielen Dank. Vielen Dank. Gern geschehen. Gern geschehen. Gern geschehen. Gern geschehen. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin total gestresst. Ich bin total gestresst. Guten Tag, ich habe heute einen Termin für ein Vorstellungsgespräch. Einen Moment bitte, ich sage dem Chef, dass Sie da sind. Danke sehr. Danke sehr. Danke sehr. Danke sehr. Hallo, ich bin Herr Michael. Bist du Markus? Ja? Guten Tag, Herr Michael. Ja, bin ich. Willst du was trinken, ein Wasser oder einen Kaffee? Ich möchte ein Glas Wasser, bitte. Ich möchte ein Glas Wasser, bitte. Und Markus, erzähl mir ein bisschen. Hast du schon mal als Pizza-Fahrer gearbeitet? Ich habe ein Jahr Erfahrung als Lieferant. Ich habe ein Jahr Erfahrung als Lieferant. Am Anfang habe ich als Spüler im spanischen Restaurant gearbeitet. Dann habe ich im gleichen Restaurant ein Jahr als Küchenhilfe und als Lieferant gearbeitet. Am Anfang habe ich als Spüler im spanischen Restaurant gearbeitet. Dann habe ich im gleichen Restaurant ein Jahr als Küchenhilfe und als Lieferant gearbeitet. In dieser Zeit habe ich viel gelernt, wie man Gemüse schneidet, Dessert vorbereitet, Pizza und Nudeln kocht und Teller wascht. Sie haben also einen Führerschein. Sie haben also einen Führerschein. Ja, ich habe seit sechs Jahren einen Führerschein. Ja, ich habe seit sechs Jahren einen Führerschein. Haben Sie ein eigenes Auto für die Arbeit oder benötigen Sie einen Firmenwagen? Ich habe mein eigenes Auto. Ich habe mein eigenes Auto. Das ist sehr gut. Wann hast du Zeit für eine Probearbeit, damit du siehst, ob dir die Arbeit gefällt oder nicht? Das ist sehr gut. Wann hast du Zeit für eine Probearbeit, damit du siehst, ob dir die Arbeit gefällt oder nicht? Ich kann morgen beginnen. Ich kann morgen beginnen. Also alles klar, du kommst morgen um 18 Uhr und dann sehen wir, wann wir den Vertrag unterschreiben. Also bis dann. Bis dann. Bis dann. Schreiben Sie Ihren Kommentar, ob Ihnen der Film gefallen hat. Sie warten auf den nächsten Film, dann abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal und aktivieren die Glocke, damit Sie kein Video verpassen. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lernen. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.